Sie sind hier, 30. November 2018, 7.59 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Stefan Ilsanca wechselte 2015 von Red Bull Salzburg nach Leipzig Urheberrecht, Getty Images München, kurios, Stefan Ilsanca weiß in einem Interview nichts vom Sieg von Celtic Glesko. Der Leipzig-Profi muss korrigiert werden. RB Leipzig verliert bei Red Bull Salzburg 0 zu 1, parallel fährt Celtic Glesko auswärts gegen Rosenborg Trondheim ein 1 zu 0 ein. Kurios, Leipzig-Profi Stefan Ilsanca dachte bis nach dem Abpfiff die Schotten hätten verloren. So kam es im Anschluss an das Spiel bei DAZN zu einem unterhaltsamen Interview. Auf die Frage, wie bitter die Niederlage sei, antwortete der 29-Jährige zunächst, richtig bitter wäre es natürlich gewesen, wenn Celtic punktet. Anzeige, die Europa League live, bei DAZN, jetzt kostenlosen Probe-Monat sichern. Ilsanca reagiert überrascht auf Celtic Sieg überrascht reagierte der österreichische Mittelfeldspieler auf die Korrektur seitens des Reporters. Oh, dann ist es im Stadion falsch angezeigt worden, so Ilsanca. Dann sei die Situation in der Gruppe B, natürlich scheiße, RB in der Europa League vor dem Aus. Nach der Pleite steht RB in der Europa League vor dem Aus. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen ist Leipzig nur noch Dritter. Celtic schob sich hinter den schon fünfmal siegreichen Spitzenreiter Salzburg durch ein 1 zu 0 in Trondheim auf Platz 2 vor. Die Sachsen benötigen von Salzburg Schützenhilfe, um doch noch weiter zu kommen. Die Österreicher treten am letzten Gruppenspieltag in Glasgow an, Spielplan und Ergebnisse. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr